Drei, Zwei, Eins Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minigames. Heute mit dabei ist der Hardcopy P.A.D. Ja, keine Ahnung was Und ja auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal ein paar Clay Sachen hier holen Ein paar Bonds oder wie auch immer man das nennen soll Ich hab schon ein paar Blöcke geholt Du gehst in die Mitte? Okay Mach ich gern noch mal da Warte, ich geh noch ein paar mehr Blöcke, damit du nicht Out of Blocks gehst Ne, ne, ich hab genug Ne, hast du gar nicht Doch, bei Roller Erstmal zur Penny Okay, ab nach Penny Grüße am Crafting Liebe Grüße zu crafting, hallo, wenn du dieses Video schaust Ich bin stolz auf dich Okay So, so, so Erstmal ein paar Sachen Wo gibt's hier Eisen? Muss man sich irgendwo hinweisen? Oder gibt's hier? Oben glaub ich Ne, hab schon gefunden Hab schon gefunden So, dann wird es hier noch ein bisschen das hier So ein Schwert Dann, äh, Captain Hemd Dann noch Adris Essen Nein, nee, ich bin Gold für uns breiter Burgen mit Ah, kein Dankeschön Help, help, help Ich hab Volt im Petrus Guck mal hier Hervor Dein Bogen, komm her hinter dir Oh okay Essen, 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 Essen essen das war kurz vor dem pc reden reden das doof nein ich habe mein fps dem gefix jetzt habe ich total fps beim aufnehmen passt alles kommt hier wenn ich schlage alles muss nein auf jeden fall ist jetzt gefließt mein fps problem was ich da hatte dass ich irgendwelche standbilder hat und so und das passt jetzt alles nicht gemacht habe aber mein trick du meine aufnahme ist es keiner glücklich jeder hasst dich okay okay tschüss nein guck mal hätte es soma simpson der russ stehe in die mitte bei keiner mag ich so also ich will sie eine alleine eine runde bett was ohne die dinge und die andere möchte ich sagen gehen wir die bitte ganz alleine den müssen wir eigentlich hier töten aber den kann man leider nicht schlagen und ich rufe nicht mehr und dann soll ich die musen also ich muss dich nicht allein wenn du einfach so von mir wegläufst du hast mich hier gerade so tiefst in meinem inneren herzen beleidigt erwarte ich mich mal das bett irgendwie zu können das bett ist aber kannst du ja machen deine festung wo ist das bett ist das hier oben ich glaube ich habe keine ahnung wo das spät ist help mir oben da oben da oben okay okay dann werde ich jetzt ein paar blöcken wir holen und du machst das pvp kram nicht vor hierzu so ab nach oben beim müssen hier beim bogen wird ich hab mir gestern kisten zu kaufen ab ins wasser hier sollten wir noch ein paar kisten kaufen und wenn ich das bett darum zu bauen erst mal kisten vier kisten erst mal gut noch mal zu ersten schweb bevor ich röschung ja ich mach den leisen der holte stärke am besten oder dafür noch bessere blöcke weil das natürlich das ganze mit nur land stein zu bauer auch so viel bronze haben wir glaube ich genug so und so dann sowohl so und so und so dann ist der kotz bald fertig hier so wie kann man das bett nicht so toll zu bauen also mit kisten und so weil das ist irgendwie keine ahnung die kisten ist haben jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht dieser platziert habe aber das schiebt mich gerade nicht dann 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 weiß ich nicht dann keine ahnung dann ist die welt vorbei ich habe noch zwei gold wenn du möchtest und ganz viele blöcke reingetan und ein bisschen essen und wenn wir die schocken der trifft nicht aber es war doch nicht hoher zurück ich bin nicht überhaupt wir sind gelb okay also drauf achten wenn das team gelb zerstört sind dann sind wir tot okay verstanden okay ich mache jetzt erst mal und dann werde ich einfach hoch und dann wird gesnipet komm du sollst sterben habe ich gesagt du sollst sterben dahinten bin dreimal getroffen oder so noch mal getroffen ich habe einen getötet sei stolz an das bist du ich wollte dich gerade abschließen was sagst du dazu ja also ich eigentlich jetzt schon ein bisschen traurig darüber weil ich glaube es läuft einfach nicht so gut zwischen uns okay leider ok ob er sich gebaut ich treffe nicht man sich so weit runter zweit hoch was ist das denn einer getroffen das ist einfach 800 so fies 800 so fies okay ich weiß nicht so ich mich ja wie zu den jahren gut ihren bogen das ist das problem hier ja mache ich mir noch ein stelle kaputt sollte noch irgendwas machen schwein ich weiß was denn abschließen hauma samson hauma samson ist gestorben hauma samson hauma samson homa samson kommt schon wieder was machst du ein homa sims naja homa sims und hört doch auf homa sims fällt runter wo komme ich hier runter ich bin einfach tschüss brauchst du kriegst immer das golde kunst du ok ok ich bin das gold nach hause ich bringe das gold nach hause ich habe jetzt ein eisenspürt ich versuche jetzt versuche ich zumindest macht es viel spaß warte bis die shot machen schade hätte ja klappen können einer kommt aus der mitte zu dir würde ich nur sagen sie kommt von dem von dem zu mitte und dann keine ahnung dabei ist es in der mitte oder so und tschüss hast du getötet ich möchte ein töten man lassen wir auch und lassen wir auch ein kill ich möchte auch bin okay du kannst den wenn du willst der haut durch der haupt durch wie bist du da hingekommen so nice dann lass mich den blau machen gut sind sind wir zu blau wie kostet eine enderperle 13 ok ich mache ich war nie ja ja ok da kommt einer da kommt einer tschüss aua hab ihn abgeschossen warum fällt er nicht runter kannst du es mal sagen antinock back force field kill aura fast heal wo er im wald anti velocity was er gerade gemacht hat war voll süß er will einfach zu mir ach ich scheiße auf enderperle ich rush dir jetzt einfach so um koppa ist sogar gelieft ich war da so angst vor die art ok warte ich werde dich jetzt töten und der bogen warum kann der das so gut ich will es auch so gut können warum mache ich das so scheiße ok so erzielen und schott noch habe ich schon mal das bett auch mal noch ach so das ist schon abgebaut das war es von der ersten runde bett wir hängen eine hinten drin denn die war voll hallo herzlich willkommen zurück heute schieben wir noch mal eine runde bett was mit der unsichtbaren dagi und sie ist einfach da in der ecke und okay wir werden jetzt in die mitte gehen hoffentlich ich bin heute für die defense zuständig er macht die defense wo ist die mitte da ich mach dir noch mal ein paar blöcke dann bist du nicht auch doch für drugs dankeschön danke 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 das ist sehr toll von ihnen wollte ich dir gleich eine zu uns freut mich immer keine ahnung ist mir egal ist mir egal ist mir egal 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 ich brauch mehr blöcke gibt mir die blöcke die da auf dem weg liegen bringen sie her gibt sie zu mir ich hätte noch mal ein stack gemacht danke 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 ab in die mitte ab in die mitte ab in die mitte der kommt schon schneller ha ha erster dass die erste sein ja erster in der mitte erster in der mitte erster in der mitte tschüss wir sind die ersten mit einem bogen freut dich das ich musste auch hier bitteschön auch hier auch ein bogen sehr produktiv werde mich nach dort hinten zu den lieben geben team hin bauen ich will so langsam erst versuchen und hoffen dass der wein los du bist der beste das ist doch ein team ich hol mal ein bisschen eisen die runde ist glaube ich auch wieder vollständig vorbei ich hab noch gar nichts gemacht in der runde weil du so viel tust sich nicht ein entschuldigung wo ist das bett überhaupt kein bett mehr unser bett wurde abgebaut ernsthaft ja ja das wirkt mich nicht weil ich den typen da töten möchte aber ich kriege nicht drauf da hinten müsste ich glaube ich abschießen warte ich will auch kommen halt stopp ich will auch was machen lass mich das abbauen ich will dir helfen warte auf mich ich bin der schnellste typ der welt so jetzt werden wir sie töten jetzt werden wir sie töten ich töte sie du brauchst ok ich möchte danach aber töten nachdem das bett abgebaut ist ja ich hab's geschafft ok das ist jetzt von den zu der letzten runde ich hoffe sie hat euch gefallen wenn es euch gefallen da würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und schaut doch mal bei der Dagi vorbei und ja nix in der Videobeschreibung und ja kann ich sagen bis dann bis zum nächsten Mal und ciao und nicht vergessen zum positivste Bewertung guck mal der mag sich eine euch gerne dr Untertitelung des ZDF, 2020